Bei der angeblichen Unplugged-Version von Stitches, die Thai und Humsing singen, hört man eindeutig raus, dass vorher beim Thai in der Sendung ordentlich Effekt auf die Stimme gepackt wurde. Und zwar so, dass die Stimme schlechter klingt als wie in echt. Also wie er da singt, das klingt richtig geil. Wirklich so eine samtig weiche, tiefe Stimme, wirklich sehr geil klingt das. Aber sozusagen für die Sendung hat das anscheinend nicht gereicht. Man wollte dem Zuschauer sozusagen was Verkaufbares garantieren. Also hat man wahrscheinlich nachträglich daran rumgefummelt, um sozusagen den Gesang massentauglicher zu machen. Was ich immer sehr witzig finde, ist, dass der Thai den Text ablesen muss vom Handy. Das ist schon ein bisschen witzig. Ansonsten aber beide da zusammenzustecken, die harmonieren echt sehr gut, klingt sehr geil. Und was mich an sich prinzipiell stört, dass es keine Unplugged Version, sieht man ja, das in der Gitarre. Ja, ein Stecker drin steckt. 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 Vielen Dank.